Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 4.3. 3.3.3.3.3.3.3.3.3. Hier komm lauf durch. Ja Mark Drehkreuz. So. Hieschen dieser Kommandeur hat am Funkrein. Er verfolgt mich. Er weise in der Oberwindigkeit. Ich werde versuchen ihm zu umgehen. Scheiße. Meine Railgun ist weg oder was das nochmal war. Wie jetzt meine nicht. Ja ich bin doch grad äh gestorben. Nein. Warum stöhnt diese Weiß? Das ist ein Seelenband. Die Schiebkonne nochmal du. Okay hier können wir durch. Lass erstmal hier durch. Ich glaub das läuft auch selbe. Oh hier ist gar nichts. Und wofür ist das denn? Okay wir müssen Typen töten. Und eine Abtreibung vornehmen immer noch. Äh was haben wir denn hier so? Gar nichts. Verstehen krümmend. Ah was kommt von dem Turm? Junge das ist eine schwere Geburt. What the fuck. Komisch immer ist es ein Helikopter der abstürzt. Hast du es grad gesehen? Ja. Die müssen ne Menge mit Helikopter für Helikop... Toren. Achso. Die sind schon da. Helikopters? Wie das ist die Mehrzahl von Helikoptern man. Hä? Äh ich bin grad etwas konzentriert. Was haltet ihr denn aus man? Gar nichts. Äh was ist denn die Mehrzahl von Helikoptern? Helikopter? Ja. Die müssen ne Menge Helikopter für das Spiel hier kaputt gemacht haben. Muss dann die Animationen hinkriegen. Erstmal mit Uzzis reinhalten. Äh. Weißt du? Hey die kannst du damit betäuben. Ja? Für ne kurze Zeit. Ja. Siehste? Kommst du rein? Kommst du rein? Äh ja. Ach die haben Schilder. Cool. Lecken wir doch die Lützchen. Ja muss ja hintergehen. Ach das bist du. Okay. Kann ich so ein Schild nehmen? Nee. Na keine Emotion. Egal ist das. Schieß doch mal hinter den. Revive mich mal man. Ich hab ein Schild man. Ja ich hab gleich auch gar nichts. Mann man 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 man. Ihr könnt mir gar nichts. Naja, äh, dann gehen wir mal weiter. Ich hasse den Schild, der ist scheiße, wenn man da nichts zieht. Aber er ist irgendwie auch praktisch, äh, praktisch, weil... Praktisch. 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 Dann kommt mal ein langer Gang. Praktika. Ich mag keine langen Gänge. Nicht? Warum kann ich nicht sprinten? Ich mag keine Gänge. Hui, hier geht's aber rund. Okay, was ist jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie. Zwischensequenz. Kannst du weitergehen? Jetzt. Oh. Äh, ja. Du bist falsch. Da war noch ein Seelenband, aber das kann ich ja nicht mehr. Ach, du hast auch so ein Piepen auf dem Ohr. Kannst du nicht? Ja, so ein bisschen. Jetzt habe ich aber öfters. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich schaue grad... Wofür kann ich nicht hinnehmen? Ist okay. Ich will das Seelenband holen. Denn... Seelenband ist Seelenband. Ich will hier raus. Hallo. So, danke. Ja. Ja. Ich wurde teleportiert. Einfach mal so... Weil ich vorgelaufen bin. Ob das ist explodiert. So, Abtreibung. Wir hätten sie mit Granaten machen können, hat sie recht. Also, wenn wir da hoch Treppen laufen müssen, dann macht viel Spaß. Ich glaube, da gibt es einen Aufzug. Sieht ja, das ist doch das. Ein Fernsehturm. So leicht so. Immer noch so leichtes Sounddämmen, kann das sein? Jein... Ich höre... Ich höre alles immer noch so. Ich könnte mal wieder hier den machen. Ü... Was... Sieh... Sieht irgendwie schon geil aus. Ja. Auch da müssen wir... Aber im Prinzip ist es wirklich nur ein Gemetzze, Scheiße. Was ist denn... was machst du denn das Loch nicht gesehen es noch nicht ich will mir das passiert mir auch wenn das ich will die nie wieder so ein Spiel dass wir klar für du hast es mir gekauft ist schuld nein ich versuche mir jetzt ein bisschen anstrengen gibt und kann man hier auch durch euch in das Drehkreuzes Drehkreuzes ernsthaft dies war das Loch jetzt was reingelaufen Quatsch ich weiß doch wie der Hase läuft genau hinter dir hinter dir hinter dir ich kann nicht nachladen mittlere Maustaste mit dem die mittlere Maustaste nicht wasch da los warum hast du nachladen nicht auf eher wie jeder normale Mensch ich meine der Nahkampf ist auf der mittlere Maustaste und ich kann irgendwie die Key Config nicht ändern warum auch immer hier bricht alles zusammen man jetzt komm einfach ich hör hier alles so stumpf ja sag ich doch so gedämmt komm das die Wumme geiler hier hier ist noch ein Schärfschützengewehr lohnt sich ja das lohnt sich mir egal komm einfach auf hier ich versuche uns aufzuhalten scheißegal einfach roh Alter ernsthaft warum ist hier noch einer ja ich versuche die Gegner auszumachen man und du rennst einfach durch komm doch einfach nein man ich hab hier schon alle geplättet hast du eben nicht mich trifft noch irgendwas wow hier fällt alles runter der Tor alter der Torben sieht geil aus ja da gebe ich dir recht würde ich jetzt Custom Thumbnails machen was ich nicht machen weil es momentan noch zu viel Aufwand ist ja das ist ein Screenshot wert kommst du ja ich weiß alles über dich erst geborener Sohn von Alma durch Inzucht und Reagenzglas erzeugte Missbildung ein geschaltetes Experiment wir müssen doch kein aufzuglaufen oder auch wir müssen doch kein aufzuglaufen äh treppen gehen mach ich natürlich geht der hier ey der muss doch gehen man hier Knöpfchen wo müssen wir helfen wir müssen Treppen laufen zum kotzen was zum kotzen so oh slow motion ich bin es nicht kann man eigentlich extra slow motion machen was passiert da hinten keine Ahnung oh guck mal Mutter ey komm Abtreibung ja da müssen wir hochkommen um die Abtreibung vorzunehmen komm mal her komm mal zurück komm mal zurück komm mal zurück was denn ey guck mal wer da oben chillt guck guck you see me rollin warum schießt du auf den hab ich nicht bei mir hast du auf den geschossen warte mal hier ist ein Aufzug da ist aber auch Feuer drin ich glaube den können wir nicht benutzen egal den kann man benutzen ich will keine Treppen laufen müssen wir aber wieso kann ich eigentlich nicht rennen ja gesperrt nee kann ab und zu auch nicht rennen hallo hier oder dahinten geh erstmal dahinten rein eben war bei mir gesperrt älter tja ich bin halt cooler son of a bitch hat er dich mehr das Spiel sagt sich so aufstieg hey das hörte ich ja noch gar nicht irgendwann kommt dann instant einfach mal so ein Aufstieg das Spiel äh ähm Munition bitte schlicker über Munition ja ich hatte nur eben keine ich hatte nur eben keine lalalalalalalala sicher dass wir hier richtig sind sind ich bin mir irgendwie so gar nicht mehr sicher ach egal kannst du rennen du kannst rennen ich kann nicht rennen ab und zu kann ich ein Stückchen rennen aber weiter auch nicht ach so hier sind schon wieder Leute mal man 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 das bin hallo witz na hallo keine bitch man so hier ist ein loch äh kommen wir darüber links erstmal alles kaputt gemacht jetzt gesehen band zählen band holen einige so du 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 noch was schönes ja jetzt könnte ich wieder rennen strange ach die wollen so alle ja so geil du bist du denn äh da müssen wir nicht durch du bist natürlich wir müssen auf höhere oder nicht okay hier liegen menschen reichen bringt auch gar nichts kann man da nicht durch eigentlich stehen und lade okay ganz süßen kann zu schießen warum habe ich jetzt noch meine pistole ja dann fangen wir mit dir an mann hier komm ich habe keine munition mehr ja ich schon ich hab dem grad ordentlich was verpasst Junge kann ich den übernehmen jetzt ja ja ich muss gerade nachladen also wie viel hält der denn aus Junge jetzt ist er schon mal nicht mehr rot blau er ist tot so schnell naja ich hab ja auch ein paar mit der schrotflinde drauf gebratzt wir müssen in diesen hängern da nach der frau gucken hier ist zum beispiel munition drin ja das ist gut die brauche ich auch alter das ist feuer munition komm und hier was ne was ist auch noch munition ist das ich weiß nicht ob ich die schrotflinde nehmen soll die ist auch geil ich probier's noch einer hier ist noch einer hier ist noch einer wo denn hier bei mir wer schon da und gestor dreht das das will ich sehen dahinter seht ihr nicht hier bei mir alter verarschen das kann sich doch diese portale erschaffen der hätte die waffe ist scharling links neben dir was einfach auf die waffe ist scheiße warte mal hier kommen schrotflinde ist altbewährt wo ist der hin man hinter dir jetzt geht tot alter ist ja unsichtbar gerade man sieht noch nichts jetzt ja ich baller ja schon drauf nein er geht es ja tot hatte wir müssen trotzdem diese ich muss den typen lassen oder auf mir ausschalten man nämlich nervt so was das denn das ist scheiße da hinten ist noch so ein typ kommst du mal her der typ ist durch die wand sind hier zwei oder was drei ach die scheiße nicht im ernst nein nur einer aber der hat sich teleportiert hallo ich bin gleich tot ja ich auch hallo ich liege und tot ja ich bin jetzt tot hält mich mal schnell hoch ja wo bist du sehe ich nicht hier ja da wo du auch gelegen hast ich bin tot alter episch episch wollen wir noch mal eine folge pause machen ja beilig okay dann bis gleich lotho wir sehen uns tschüss bis gleich 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 Vielen Dank.